Hallo und herzlich willkommen zurück zu AndersQuest. Ja, ich war hier in dem Bild gerade eben schon einmal, dann ist es, ja, sie freut sich, das Spiel abgestürzt, freps mit oder umgedreht, keine Ahnung. Ich bin aber nicht so weit gekommen und gut, dass ich kurz vorher erst gespeichert habe, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Tobsuchtsanfall voller Wut. So, jetzt können wir natürlich erst mal noch einmal das Kram da reinwerfen. Soweit war ich nämlich eben und gerade als ich mit dem Drachen spielen wollte, ist dann, wie gesagt, alles abgestürzt. So, das ist jetzt alles in der Linie. So, jetzt müssen wir es nur noch erwärmen, bevor wir es haben. Und das können wir noch mal wiederholen, damit ihr den Text auch hört. Genau. Der Atem ist noch nicht sehr feurig. Äh, und da ist jetzt echt ein Problem. Äh, ne, 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 ne. Und ich glaube, hier hat sich drauf geklickt. Gucken wir mal. Äh, nochmal, warte, 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 warte. Nee, da hilft uns leider auch nicht. Ja, 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 ja. Gibt es denn hier vielleicht noch irgendwas Interessantes über Drachen nochmal? Da war doch ein Punkt mit Drachen dabei, ne? Gefährliche Kreaturen, das müsste es auch gewesen sein. Okay, jetzt sehen wir hier. Hm. Das klingt interessant. Drachen. Drachen sind große, lizardliche Kreaturen, die in den Forrest-Käden leben. Sie haben skälte Haut, Wände, rassersharpe Zähne und Klauen und sind mit einem Feuer zu spüren. Um das zu erreichen, werden sie Kerosene oder Parafen konsumieren, was in ihren hotbellies. Hm. Gut. Kerosin oder Parafen? Jetzt ist natürlich die Frage, lieber kleiner Drache, magst du die Kerzen hier und sind die aus Parafen oder sind das andere Kerzen? Ja, vielleicht würde das ein bisschen Feuer zu spüren geben. Hm. Er ist wunderschön, aber es gibt etwas über diese Kräden, die er nicht mag. Vielleicht ist es etwas anders, was ich finden kann, dass er lieber essen kann. Hä? Schwierig. Frisser? Nein. Okay, vielleicht hier hinten die leckeren Flaschen? Okay, die, die wir geöffnet haben, wird er wohl auch nicht wollen? Nee. Hm. Einfach mal eine andere Kerze hier vorne, die vielleicht? Ja. Vielleicht würde das ihm ein Feuer zu spüren geben. Hm. Er ist wunderschön, aber es gibt etwas über diese Kräden, die er nicht mag. Vielleicht ist es etwas anders, was ich finde, das er lieber essen kann. etwas Ähnliches, was er lieber essen kann. Dann gehen wir mal nach Unglösung. Ach, sei ruhig. Nein, die Katze werde ich nicht ausprobieren. Er wird die Katze bestimmt nicht fressen wollen. Hm. Mag der Drache vielleicht Strom? Hier, magst du das da vielleicht? Warum nicht? Dann haben wir einen Glühdrachen. Äh, B-B-B-B-Parafen. Maximalstifte sind doch teilweise daraus. Well, it does say it's non-toxic. Alright, little fella, you hungry? Some, äh, yummy Parafen? Woah, he really gobbled that up. I think he's ready to start flowing out fire somewhere. So cute. Äh, ja, ist okay. Okay. Ich weiß nicht, warum wir endlich vor der Hexe fliehen können. So, jetzt hier aber mal. Gib alles! Jawoll, feiner Drache. Hex, Hex! Und wir haben den Drachen bei uns immer noch sehr schön. Kessel! Amulett! Wer jetzt ist? Ja! Oh, it's really shiny now. I think it worked. Well, for my sake, I hope it did. I guess I might have to find out soon enough. Ah, der Spiegel. Wir sind da wohl auf dem richtigen Weg. Und du hast, äh, beziehungsweise eine hat ja den lieben Bänder. Oh, sie ist nicht allein. Sie hat... Und du hast, äh, beziehungsweise eine hat ja den lieben Bänder. Ich bin dabei. Dankeschön! Ja! Auf! Zum Atom! Äh, ne, zu Ben! Natürlich! Wieso ist die Hexe auf einmal so ruhig? Wieso ist die Hexe so ruhig? Die hat doch hoffentlich das Seil nicht entdeckt und ist jetzt... Ich hab so böse Verahnungen. Weil die sagt nichts mehr. Sie randaliert nicht mehr. Irgendwas ist doch... Oh, Ben! Äh... Warum ist auf einmal oben in der Decke wieder alles heile? Richtig? Richtig? Na, du alte Schreppnelle! Hä? No, glaub! Na, warte! Wenn ich jetzt nochmal eine Telekinase einsetze, du, dann, äh, ja... Passiert was! Äh, ja, na, ja, na, ja, tatsächlich schon. Ich denke nicht. Wo bist du plötzlich hergekommen? Als... Ja, also, das ist nur ein weiterer Teil meines Plans. Wo bist du gerade? Ich bin durch die Tauere, du bist irgendwo. Oh, schuldig, Kind. Es ist witchcraft. Ich erwarte dir nicht, dass du das verstehen. Sie schreie. Sie schreie durch die Runde. Ich bin sorry, ich wusste nicht, was zu tun. Dann? Äh, nein, nicht mehr. Ehy-ey-ey-ey-ey-ey-ey Ähm, was ist das denn für ein Zauberstab? Wir haben das Amulett, wir haben Telekinase, wir haben Anna! Wir haben den Drachen! Geröstete Hexe am Mini-Zauberstab. Hm, wer es mag? Äh, Moment, ja jajaja hier, halten wir... Ja... Ja... Oh Gott, hier, hab ich jetzt aber Angst vor. Nähähähähähähähähähähäh! Der Blick ist gut! Hhahhh, das хороший Gesicht! Hfalz! Los, Anna! Ja! Ja! Aber nimm doch das Katzenplüscht hier mit. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Ja, das war... Nein, natürlich, hoffentlich, dass es schon anders gewesen ist. Ich glaube schon, dass es noch weitergeht, denn wir haben ja noch eine Mission. Den Opa zu helfen. Ja... Warte, 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 warte! Trolli, Trolli, Trolli! Durch den Wald! Äh, Kapitel 2, Ende? Oh, Ben, das ist so vorgelaufen. Jetzt, oh! Seit Frank kann ein Plüschteddybär Ausdauer verlieren. Na ja. Ja. Oh wow. Maybe, maybe it's the wizard. Maybe? Maybe. Debra is a fight. Es ist ein Fuchs. Ein Dicay. Ich weiß, ob ein Kind von Arrangement ist nicht zu viel zu fragen, mein Lieber. Oh, natürlich. Wenn ich mich helfen kann, dann bin ich froh. Excellent. Und bitte, 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 mich Reynard. Bitte, mich Reynard. Ich bin Anna, und das ist mein Freund, Ben. Well, dear Anna, Sie sehen, ich bin ziemlich verabschiedet. Und diese Wörter, Sie sehen Sie, sind gar nicht für ein Kreatur, wie ich selbst. Oh. 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 Ja. Ja, das kriegen wir doch sicher hin. Okay. Zack. Frucht, 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 Frucht. Ah. Ja. Dann noch einmal da, bitte. Ah. Okay. Okay. Dann versuchen wir es erstmal den hier, den mittleren erst weg. Oh, der Fuchs guckt leicht irritiert. Ja, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Einmal noch. Teleknaza. Ja. 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 Okay. Ja. Okay. Und deine Frucht? Was kommt jetzt? Eine Mütze und ein Regenmantel? Ich glaube dann, wenn das jetzt kommen sollte. Aber wäre eine schöne Anspielung. Ich bin so gespannt. Kommt jetzt ein Pettikon da um die Ecke. Das ist viel besser. Das ist viel besser. Oh mein Gott. Ich bade die zwei von euch Adieu. Und gute Glück in diesen präsenten Maßnahmen, die du sprichst. Danke, Reynard. Danke dir so viel. Komm schon, Ben. Lass uns den Wizard finden. Das sieht aus. So, es ist wahr. Die Mädchen ist Telekinesis. Okay. Könnte sie wirklich sein? Könnte sie von der Farbe der Westwoods sein? Die Prüfungen von Wunderhorn. Kapitel 3. Ja. Oh. Die Bremer Stadtmusikanten. Ähm. Anna? Wo ist jeder? Cool. Auch wenn ich ein bisschen komisch finde, wie der Hund die Trommel schlägt. Oh, noch eine süße Katze. Das finde ich einfach cool. Da oben sehe ich schon wieder was. Ein Bonbon. Bonbon sammeln. Ja, der Delic. Oh, das ist so verrückt. Never mind that. Let's just keep our eyes open. There has to be someone somewhere around here who knows the wizard, right? Okay, Anna. I'll let you know if I find someone helpful looking who's not angry at us. I'm just a regular man looking for a regular wizard. Just an everyday thing. Ich finde die vier da echt cool. So. Erstmal das Bonbon. Yay. Und da. Oh, oh, oh. Ein Steckbrief nach Ben und so weiter und so fort. Aber was das jetzt hier alles auf sich hat, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich speichere mich jetzt noch einmal glücklich. Speichern. Überschleuben. Wunderbar. Dann kann ich wieder zurück. Und sage vielen Dank für die Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge von Anna's Quest. Hier mit dem fröhlichen Bremer Stadtmusikanten. Nicht schlecht. Wenn ich eine Münze hätte, würde ich sie reinwerfen. Bis dahin. Tschüss.